Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Deadpool Let's Plays. Ich bin Rick Darlene, ihr schaut WePlayGamesForYou und wir gehen jetzt hier mal weiter, nachdem wir ordentlich aufgeräumt haben. Nette Turret-Situation hier gewesen, muss ich mal sagen. Jawoll. Alles klar, abzu- Uh, hallo? Ich hab auch keine Ahnung. Na, hoffentlich hat's wehgetan. Ey, man nimmt immer auf da mit. Shit, man, shit, was hab ich jetzt gemacht? Ich hab mich zu stark gefühlt. Mhm. Guck, was haben wir hier noch für eine Waffe? Schultflinte. Okay, das haben wir. Na komm. Uh. So, hab ich das das letzte Mal verpasst? Nicht? Da hast du es. Neue Verbesserungen verfügbar, okay. Interessant zu wissen. Will ich jetzt aber gar nicht benutzen. Ich will das mal so auf 100.000 sparen. Äh, hätte ich gesagt. Taco-Geschmack? Nice. Tacos bekommen, auch cool. Oh, hallo. Ich hab grad'n kleines Geräuschproblem. Hört sich sehr groß an, was da unter Umständen auf uns zukommt. What the fuck? Soviel zum Thema, äh, Geräuschproblem. Wo kam der denn auf einmal her, ey? Verdammte Axt. Achso. Ihr mich auch. Oh, ja. Den haben wir. Machen wir erst mal den hinteren kaputt. Oder den hier. Na komm. Haben wir den oder haben wir den? Den haben wir. I'd probably feel better about that, if they hadn't been such pussies. It's party time! So. Das haben wir, das haben wir. Das passt mir auch ganz gut. Würde ich sagen, da benutzen wir auch mal, was wir haben. Was hältst du davon? Ja, das denk ich auch. Ha 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 ha. Pech hast du. Du hast es ganz gut gelaufen, würde ich mal behaupten. So. Können wir die wieder aufsammeln? Ne, ne? Schade um die Sachen. Egal. Da müssen wir jetzt durch. Aber andererseits können wir mal gucken, ob wir da was verbessern können. Hallo. Mehr Muni. Ist das? Verringert das Momentumabnahmetempo. Weiche bis fünfmal in Folge aus. Nutze den Angriff mit L2 bei voller Ladung, um zehn Sekunden besiegbar zu sein. Okay. Schaden von dir deine Combo brechen. Okay, was ist das hier? Erhöhe deine erhaltene Gesundheit um 50%. Verdoppelte Häufigkeit von Gesundheitsbelohnungen bei jedem vierten Treffer. Was ist das hier? Verdoppelte Häufigkeit kritischer Treffer. Momentum. Fünf ein. Machen wir erstmal hier. Mehr HP. Beziehungsweise mehr Gesundheitsbelohnungen. Hallo Cable. Hallo Cable. Oh, hallo. Na, dann mach mal. Na, dann mach mal. Hehehe. Äh. Wrong franchise, buddy. Wade, this has got to be the dumbest idea you've ever had. The risk is considerable. This is my... This is my... This is my... It's my... This is my... It's my... I'm not... I'm not... ...I'm not... Hahaha Ist das auch, ey. Das war ungescheiß. Gut, was jetzt passiert? Wir sind tot. Warum sind wir tot? Hallo? Hallo? Oh nein, keine Sequenz. Nein, nein. Das haben wir doch schon gesehen. Leute, Leute. Sowas ist ganz altmodisch. Jetzt ist aber die Frage, warum? Muss ich vielleicht gedrückt halten oder so? So kann es mal ausprobieren, ey. Warum bekommen wir so viel Damage? Ja, ja, das ist nicht mehr lustig jetzt. Okay, so geht es immer. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ergert mich grad ein bisschen. So, mit. Was? 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 Hehehehehehe. Irgendwie wollte ich hier aber nicht hin, oder? Hier waren wir doch erst. Oh nein, geht weiter. Ach du fuck. Okay, reparieren. Okay, jetzt. Hahaha. What the fuck? Oh shit. Äh... The fuck? Okay. Tot geschossen worden. Sehr gut. Puh. Okay, okay, okay. Komm, wir reparieren den Spaß. Na komm, 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 komm. Problem ist, dass wir dann wirklich von allen Seiten auch jetzt kommen. Geht's wieder hoch? Okay. What the fuck? Haha, Marine Puppe. Oh yeah. Oh, das war gut. Hahaha. Hahaha. Ein bisschen. Jetzt auf einmal. Oh shit. Was jetzt? Okay, wir geht's wieder hoch. Alter. Langsam geht's wieder hoch. Oh shit. I think I'm getting the hang of this. Yeah, no. I don't think so. Ey, ihr Sackgesichter. Jawohl. Wie auch immer nochmal rumdance, ey. Hahaha. 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 Oh man. Hahahaha. Hey, des Rouges. Flying just like us. Flying right at us. Hahahaha. Hahahaha. Ja, okay, ich verstehe, oder auch nicht. Okay, mit Oh Nein, wohl kaum hinterlassen deine Schwerter Blutungen bei den Gegnern. Okay. Wolverine noch gedisst? Oh, ich. Würde sie auch wahnsinnig werden. I can't hold on like this. Wait, you're Rose. You can fly. Fly away. Fly away. Fly away, little Rose. Oh shit. Das ist eigentlich schon ganz gut gemacht hier mit den turret Geschichten. Aber was ich nicht verstehe ist, warum haben die in einem Fuß von einem riesen Roboter eine Kanone eingebaut? Ich meine, ist ja nicht so, als dass sie da irgendwie Fußnägelprobleme hätten, vermutlich. Wieso ist sie jetzt runtergefallen? Ach du fuck. Wer bist du denn? Wait till Sinister gets his hands on you. Uh. Isn't that Blockbuster shit? Oh fucking hell. Was ist denn jetzt so? I gotta get my head out straight. Nice ass. What, what? We need to find our arm to twist the head back on. What the? Ja, aber ohne Scheiße. Hey, lass den... Der hat uns ja einen Arm geklaut. Hey. Shit head, man. Mach der Hund da, ey. Oh man ey. Okay, now don't go anywhere. Komm, gib den Arm her, man. Gib mir her. Oh de shit. Oh god. Und wo müssen wir sie jetzt suchen? Hier oder was? Haha, da bin ich doch. Guck mal hier. Zack, zack, zack. Und auf die Fressen. Und da gibt's auch noch mal einen mit. Kaboom. Ihr habt doch eh keine Chance, Kollegen. Gute Frage. Wie Gefängnis. Und wo sind wir jetzt? Was machen wir hier? What the fuck? Wo? Wo? Ich bin nicht da. Hahaha. Na kommt schon, Kollegen. Wow de shit. Und wird da gemacht, der Arsch. Egal. Machen wir hier einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich für immer fürs Zusehen und sag erstmal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.